Weihnachtszeit ist Backzeit. Heute mache ich Ihnen Schoko Corn Flakes, ein sehr einfaches Rezept, das besonders bei den Kindern sehr gut ankommt. Als Zutaten benötigen wir Schokolade, Kokosfett, natürlich Corn Flakes, Vanillezucker, ein bisschen Zimt und einen Rum. Rum halt nur, wenn mehr Erwachsenen das Rezept probieren. Zuerst wird die Schokolade mit dem Kokosfett im Wasserbad geschmolzen. So, und nachdem die Schokolade geschmolzen ist, fügen wir zum besseren Geschmack ein bisschen Rum, Zimt und den Vanillezucker dazu. Musik 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 Nachdem die Zutaten jetzt im Wasserbad geschmolzen sind, geben wir die Corn Flakes dazu. Musik So, jetzt vermengen wir die Corn Flakes mit der Schokolade und formen kleine Pusten. Musik Musik Jetzt haben wir das letzte Pusten. Musik 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 Jetzt müssen die Schoko Corn Flakes einen Tag trocknen, dann können sie genossen werden. Viel Spaß beim Nachkochen! Musik 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 Musik